Wir sind bei Fräulein Menke zu Hause und sie zeigt uns ihre Wohnung. Was ganz toll ist, ich habe auch Text in diesem Film und darf dich fragen, was ist das? Ja, das ist erst mal völlig unspektakulär. Die Autext haben wir. Ja, nur Kaffee bisher, ne? Und Kuchen. Und spektakulär.